Ja und damit herzlich willkommen zurück zu Sea of Stars. Ja wir haben ja den Boss gelegt in der letzten Folge und das ist ja auch ein bisschen her, dass ich aufgenommen habe. Ich muss mich mal wieder entschuldigen. Es ist einfach zu stressig gerade mit dem Job. Ich weiß jetzt auch gar nicht so richtig, wo wir hin müssen. Wir müssen uns erstmal hier ein bisschen zurecht finden und gucken, was der Plan war. Aber das sieht doch hier eigentlich ganz gut aus, oder? Das ist jetzt knapp ein Monat her, dass ich aufgenommen habe. Aber gut, so ist das manchmal. Ach, schau mal. Und wenn es dort eine Taverne gibt, ist dort vielleicht ein Koch, von dem ich neue Rezepte lernen kann. Geil, sieh mal. Gibt's nicht. Du wolltest den Sterbvodach schon seit deiner Kindheit sehen. Wie fühlt sich das an? Als würde ich alle meine Sommertage gleichzeitig erleben. Ein Abenteuerleben ist das beste Leben. Wir sind fast da. Macht euch schwimmbereit. Ja, die Oberwold ist halt auch echt witzig. Oh, rein Wasserfälle. Aber ist ja gut, dann sind wir doch gleich auf dem richtigen Weg. Platsch. So, gucken wir mal. Such dir nach einem Boot. Geh in die Haftstadt Brisk und such nach Kapitänen-Klischees-Mannschaft. Dann können wir gleich mal speichern. Auf nach Brisk. Ha. Piraten-Gewand. Okay, cool. Und jetzt alles schon das gleiche? So aus, ja. Ich krieg nicht aus, was ne? Der Unterstützer? Ne. Huch. Okay, alles klar. So. Und wir hier noch ein Quad. Hier ist noch eine Teile. Nehmen wir mit. Und dann gehen wir mal eine Etage tiefer. Oh. Alles klar. Geh jetzt noch nicht hin. Ich glaub, wir müssen, oder? Ja, guck mal. Vielleicht erwischt. Sehr gut. Ähm. Okay. Da komm, wir machen erstmal ihn weg. Shit. Ah, okay. Hätte ich die richtige Tasse gewischt? Jetzt weiß ich wieder nicht mehr, wie das war. Mit, äh. Ausweichen. Aua. Okay, ist okay. Okay. Achso, okay. Alles klar. Warte mal. Äh. Verstärken. Wenn wir so. Und der Kumpel könnte da. Guck. Okay, ich bin mit Wille drin. Jetzt hab ich das nicht so geil gemacht mit den Verstärken und, dass man immer die Kombos da trifft. Ach, schau mal. Wo komm ich da hin? Ah. Cool. Eine Regenbombschnecke. Was komm ich da hin? Wir werden wahrscheinlich später irgendwann nochmal zurück müssen. Das sind noch ein paar Monsterchen. Eih. Denk ich nicht erwischt. Oh, so viele. Fuck. Ähm. Mist. Okay, dann probieren wir mal das. Gut, der ist es weg. Das heißt, trotzdem nicht mehr, wie es mit den Blocken war. Ist das auch immer wieder da? Ja. Gut, gut. Ähm. 18. Das wird es auch so schaffen, oder? Cool. Und hier fangt er. Ach, shit. Gehofft, dass wir den Klett machen können. Okay, erster ist weg. Und ich mache jetzt auch weg. Schön, schön. Und zwei Fische halten. Cool. Nee, können wir auch klettern, oder? Genau. Ich bringe mir hier an, das ist noch eine Kiste. Okay, da ist noch eine Strömung. Ah, fuck. Ich will da nicht hin. Hm. Ich glaube, er regnet 55 Lebenspunkte. Mondköl, Fischkuchen. Geil. Die Heilung nehmen wir da gerne mit. Und wie komme ich jetzt da rüber? Shit. Ich will unbedingt zu dieser Kiste da. Hm, 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 hm. Ich springe hier runter. Nee. Okay, hier waren wir ja. Wo komme ich zu dieser Kiste? Die muss ja von oben runterspringen können, oder? Wie komme ich in das Gewässer hier? Gibt es kein... Zwischenstück oder so? Ach shit ey, ich hoffe da ist nichts wichtiges drin. Wieso komme ich da nicht hin? Oder später, kann natürlich auch sein. Einmal wie wir es noch, wenn ich da nicht. Aber wie muss man in das Gewässer kommen? Warte mal, wenn wir hier rein springen? Ah, ne. Jetzt sind wir wieder ganz oben. Ist doch nicht zielfördernd. Ah egal, habe ich frisch gehabt. Wir gehen noch weiter, ne? Ach nee. Ach nee. Ach nee. Ach nee. Oh nee. Fertig. Patsch. Oh nee. Haben wir doch noch eine Kiste gefunden. Obsidian-Erz. Das kann man bestimmt wieder die Akkusen hier nehmen, oder? Okay. Ah! Warum? Das macht immer nur einen weg, ey. Gucken, vielleicht haben wir Glück und können mehr was schaffen. Ja, guck mal. Jetzt hoffe ich nur... Ah, shit. Jetzt sind wir doch den dran. Ich sollte gerade sagen, geht doch mal noch mal. Gut, aber jetzt könnt ihr ja gar nicht mehr so viel haben, oder? Warte mal. Oh, 51. Okay, 90. Ne, da brauchen wir nicht verstärken. Verstärken wir doch jetzt mit dem anderen. Boah, genau 37. Was? Das war gut. Ne, da haben wir noch ein kleines Schildchen. Boatschiff, 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 Boatschiff. Guck mal, hier kann man bestimmt von oben runter springen. Und dann gucken wir doch wieder in so eine Höhle rein. Probieren wir gleich mal. Aber wie kommen wir doch oben? Warum ist da auch eine Kiste? Shit ey. Achso. Achso. Ah, okay. Warte mal. Lass mal hier runter. Das sieht ja cool aus. Okay, haben wir das. Und hier runter, ne? Genau. Was haben wir hier? Eine Regenbogenschnecke. Und hier können wir doch bestimmt gleich wieder die Zeit verschieben. Ach, das ist doch. Ah, ah. Okay. Falls ihr ein Boot sucht, ihr seid fast da. Aber das hat in die andere Richtung gezeigt, oder? Okay, geht's nicht weiter? Ach, ein Sonderplatz. Hier gibt's kein Boot. Kommt besser nach Brust. Im Osten. Äh. Achso. Wir könnten vielleicht ein bisschen Namen machen, oder? Das würde sich anbieten. 62. 60. Okay. Kommt. 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 Hm. Lecker. Was hat mir jetzt hier noch ein bisschen AP gegeben, das hier, ne? Pinserlalai. Gut. Warte mal. Wie war das? Ah. Oh. Okay. Shit. Ähm. Fuck. Jetzt gehen sie alle auf die hin, oder was? Okay, aber die hat nicht so viel raus zum Glück. Nein! Boah, volle Breite, Alter. Oh, guck mal. Wir haben gelöst. Was haben wir denn hier Fallenes? Verlehrung. Egal. Lernen. Komuskel. Luftsturz. Okay. Geil. Wenn wir nächstes Mal kommen, dann probieren wir die mal. Dann können wir uns jetzt gleich nochmal ausruhen. Achso will ich das hell ist. Wie ich das dunkel ist. Achso. Geht mal leider. Ja. Auf nach Osten. Auf nach dem Brisk. Geht mal ganz unten lang. Wir werden nichts verpassen. Okay. Wieder. Scheiß Viecher. Hm. Immer noch das beste Mobil. Ach, scheiße. Jetzt verstecken wir dann. Geht mal ganz unten. Hm. War gar nicht so schlecht. Hätte ich gerne den Hut noch einmal gemacht. Geht mal ganz unten. Ähm. So. Okay. Ah, ist mir den weg. Müssen sie aushalten. Okay. Ah, ist mir den weg. Guck mal. Das fehlt auch die Kombo. Klingt auch ne. Wenn wir locken. Hm. Okay. Suchtsturz. Aber was ist das? Ach. Die beiden können das. Ah. Mittelmäßiger Schumpferschaner. Das ist ja ein Einzelziel. Aber mittelmäßig. Nicht gereicht. Shit. So. Wir sind dran. Du. Na ja. Läuft doch. Aber. Warum gehst du nicht kaputt? Oh. Ich länge auch gleich im Level auf. Ich länge auch gleich im Level auf. Schön schön. So. Ihr findet uns am Hafen im Bus. Also. Ich meine. Die wollen unbedingt Bote los werden. Oder? Und wir sind in der Hafenstadt. Ja. Geil. Sind wir doch gut durchgekommen. Oder? Ey. Für so ne kurze Zeit. Hafenstadtbrust. Hier oben gehts auch noch weiter. Ach cool. Ja. Schöner Einstieg wieder. Ich hoffe. Ähm. Ihr habt auch genauso viel Spaß. Und habt sehnsüchtig drauf gewartet. Dass es endlich wieder los geht. Und. Wir. Gucken uns jetzt. In der nächsten Folge. Die Hafenstadt an. Also. Bis gleich. Bis gleich.